Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Update hier auf meinem Kanal. Heute ist Montag, der 08.08.2022 und hier seht ihr einmal die Gesamtperformance von heute. Es ging relativ lange bergauf bis ungefähr 16 Uhr. Da war der Höchststand bei 10.982 Euro oder 0,9% im Plus bzw. 97 Euro. Hier haben wir fast die 11.000 Euro Marke geknackt. Danach ging es allerdings richtig steil runter bis auf minus 46 Euro oder 0,42%. Und danach war es eher so eine Seitwärtsbewegung. Es gab auch heute einen Trade. Dann habe ich versucht noch einmal in dieses Zertifikat einzusteigen, habe den Einstieg aber nicht bekommen. Wie das aussah, zeige ich euch gleich. Erst einmal zeige ich euch, wie sich meine Werte heute so entwickelt haben. Der MSCI World heute mit plus 0,18%. Hier sind wir mittlerweile tatsächlich ins Plus gerutscht heute. Jetzt allerdings mittlerweile nur noch 0,15% Minus oder 12 Euro. Aber gegen Mittag waren wir hier glaube ich knapp 60 Euro im Plus ungefähr. Also hier ist auf jeden Fall wieder grünes Licht in Aussicht. Dann geht es weiter mit Global Clean Energy heute plus 0,24%. Die haben auch sehr, sehr gut performt heute, aber ebenfalls gegen 16 Uhr abgefallen. Hier sind wir nur noch bei 10% im Plus oder 63 Euro. Dann kommen wir zu Nio. Immer noch mein bester Performer im Depot. Allerdings stagnieren die im Moment heute minus 0,2%. Die waren heute allerdings auch im Plus mittags. Hier sind wir bei plus 42% oder 146 Euro. Dann geht es weiter mit AMD. Heute leichtes Minus mit 1,71%. Hier sind wir bei minus 0,16% oder 80 Cent circa. Xylim heute wieder stark performt plus 2,75%. Xylim im Aufwärtstrend. Hier sind wir bei plus 21% mittlerweile oder 84 Euro. Xylim war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Und ich denke, da ist in den kommenden Tagen oder Wochen noch auf jeden Fall was drin. Diese Woche plus 4% und im Monatsverlauf plus 23%. Und ich denke, die könnten wieder so Richtung 100, 110 Euro gehen. Das ist meine Prognose, aber wie immer natürlich ohne Gewehr. Nur meine persönliche Meinung. Dann geht es weiter mit Alibaba. Heute minus knapp 2%. Alibaba performt in letzter Zeit nicht so gut. Hier sind wir bei minus 7,7% oder circa 30 Euro. Und zu guter Letzt der Call-Options-Schein auf Paypal. Die waren heute wieder gegen Mittag richtig stark im Plus. Allerdings wieder abgefallen. Hier sind wir nur noch 82% im Minus oder 82 Euro circa. Es gab auch heute einen Trade. Und wie der ausgesehen hat, zeige ich euch auch jetzt eben. Ich habe mich heute für dieses Zertifikat entschieden. Das ist ein Knockout-Zertifikat. Ein Short auf den Gold. Mit einem Hebel von circa 200. Ich habe das Zertifikat das erste Mal gekauft. Hier in dieser Abwärtsbewegung für, ich glaube, 1,05 Euro. Hätte ich auf jeden Fall noch ein bisschen warten können, denn der Schein ist richtig stark abgefallen. Und dann ging es nochmal hier schön hoch. Hier habe ich allerdings nicht verkauft. Dann ging es wieder runter. Und zu guter Letzt ging es dann irgendwie Richtung 1,15 Euro. Hier habe ich mir dann das Stop-Loss-Ordre gesetzt bei 1,11 Euro. Die hat dann auch gegriffen. Also ein ganz leichtes Plus, aber immerhin ein Plus mitgenommen. Und wie viel, zeige ich euch jetzt auch eben. So, ganz unten seht ihr den letzten Trade vom 4.8. Das war derselbe Short auf den Gold. Das ist dasselbe Zertifikat. Da haben wir allerdings minus 31% mitgenommen. Und heute haben wir für 1,03 Euro gekauft. Für 125 Euro circa. Und mit 7% Profit verkauft. Für 132 Euro sind hier circa 8 Euro plus. Nicht viel, aber ein kleiner Profit ist auch ein Profit. Ich habe auch noch versucht, nochmal in dasselbe Zertifikat einzusteigen für 70 Cent. Das hat allerdings dann nicht mehr funktioniert. Und denkt bitte daran, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles nur meine persönliche Meinung. Macht es mir nicht nach. Schaut es euch lieber bei mir an. Lernt aus meinen Fehlern. Und macht es vielleicht sogar besser. Und wenn ihr gar keine Ahnung von Aktien und Derivaten habt, dann informiert euch vor Einkauf selbst auf jeden Fall nochmal genau darüber. Morgen werde ich auf jeden Fall auch versuchen, den einen oder anderen Trade zu bekommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo für mich da. Und ich melde mich auf jeden Fall morgen nochmal wieder. So Leute, ich melde mich wieder zurück. Heute ist Mittwoch, der 10.8. Gestern am 9. gab es keinen Trade. Ich hatte Spätschicht. Es war sehr viel los. Ich hatte keine Zeit, irgendwas zu traden. Hier blende ich euch einmal einen Screenshot ein, wie sich mein Depot gestern entwickelt hat. Und direkt danach, wie sich meine Werte so entwickelt haben. Und wie ihr seht, es war gestern alles tiefrot. Heute sieht das Ganze schon relativ anders aus. Heute sind wir bei plus 135 Euro oder 1,26%. Mit einem Höchststand von gerade 10.900 Euro ungefähr. Ich habe heute versucht, einen Trade zu bekommen, beziehungsweise zwei. Das hat leider beide Male nicht geklappt. Wie das ausgesehen hat, zeige ich euch gleich. Erst einmal zeige ich euch, wie sich meine Werte heute so entwickelt haben. Der MSCI World plus knapp 1%. Hier sind wir bei plus 0,15% oder 12 Euro circa. Dann geht es weiter mit Global Clean Energy. Sehr, sehr stark performt. Plus 4,3% circa. Hier sind wir mittlerweile bei plus 14% oder 85 Euro. Dann kommen wir zu Xylem. Die sind immer noch stark im Aufwärtstrend. Heute wieder plus 2,2%. Hier sind wir mittlerweile bei plus 21% oder 85 Euro. Dann geht es weiter mit NIO. Heute wieder plus 2,3%. Leider heute Minus gestartet, aber wieder gegen Mittag erholt. Hier sind wir immer noch bei plus 38% oder 132 Euro. Immer noch meine stärkste Position im Depot. Dann geht es weiter mit AMD. AMD heute plus 1,9%. Hier sind wir wieder leicht ins Minus gerutscht mit minus 3% oder 15 Euro. Und Alibaba leider nicht so gut performt. Die waren vorhin noch im Minus. Haben sich allerdings auch wieder leicht erholt. Hier sind wir bei minus 7% knapp oder 26 Euro circa. Und der Call-Option-Schein auf Paypal heute plus 18,5%. Hier sind wir immer noch bei 83% Minus oder circa 83 Euro. Wie ich gerade schon erwähnt habe, habe ich heute versucht, zwei Trades zu bekommen. Und wie die ausgesehen haben, zeige ich euch jetzt einmal. Ich habe heute Mittag versucht, diesen Long of Gold zu kaufen, als der tatsächlich hier bei 1,30 war ungefähr. Ich habe mir tatsächlich eine Limit-Kauf-Order bei 1,20 Euro gesetzt. Die war kurz davor zum Greifen. Ich habe die Order hier noch offen. Die werde ich jetzt einfach mal löschen, weil es schon wieder viel zu spät ist. Und sollte die noch greifen, dann werde ich vielleicht keine Zeit mehr haben bis 22 Uhr, dass der Schein wieder ins Plus geht. Ich habe mich richtig geärgert, denn danach ging es hier richtig steil bergauf bis auf über 3 Euro. Das wären hier satte 100% Profit gewesen auf einen Schlag, beziehungsweise innerhalb von wenigen Minuten. Hat leider, leider nicht funktioniert. Allerdings, als der Schein dann hier oben war, habe ich mir einen Short ausgesucht. Und wie der ausgesehen hat, zeige ich euch auch jetzt eben. Und zwar ist das dieser Short hier. Den habe ich tatsächlich versucht, hier als er so bei 1 Euro war, habe ich mir eine Limit-Kauf-Order für 80 Cent, glaube ich, gestellt. Diese hat dann aber leider auch nicht gegriffen. Der Schein ging danach auch wieder über 2 Euro. Und jetzt hält er sich so bei um die 1,60. Leider, leider zwei sehr, sehr gute Chancen verpasst. Das wären beide mal über 100% Profit gewesen. Aber wir trauen da nicht hinterher. Ich habe auch nicht versucht, auf Krampf nochmal nachzukaufen oder beziehungsweise irgendwie noch mittendrin einzusteigen. Ich habe mir gedacht, okay, ich habe es versucht. Es hat nicht geklappt. Und bevor ich da irgendwie viel Geld verliere, lasse ich es einfach so bleiben. Und habe meine Limit-Kauf-Order bei dem Long stehen lassen, in der Hoffnung, dass der vielleicht noch greift. War leider nicht mehr der Fall. Heute wird es auch keinen weiteren Trade mehr geben, denn es ist mittlerweile 19.20. Und die Knockout-Zertifikate werden nur bis 22 Uhr gehandelt bei Trade Republic. Sollte gleich irgendwie eine Limit-Kauf-Order greifen, dann ist die Zeitspanne einfach zu kurz, dass der Schein vielleicht wieder ins Plus geht. Und so über Nacht den Schein zu halten, möchte ich eher weniger. Denn über Nacht kann der Schein auch ausgenockt werden und man hat überhaupt keinen Einfluss mehr darauf. Deshalb da auf jeden Fall aufpassen. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein kostenloses Abo von dir freuen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und lass auch gerne einen Kommentar für mich da. Mich würde interessieren, was dein bester Trade bis jetzt war in dieser Woche. Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag bei einem neuen Update wieder. Bis dann.